Für das Heimatland seiner Mutter, Volta Rex, aber der bleibt der Salzburger. Das ist einmal so. An die Flaggen. An die Flaggen. Jetzt erst können da links. Da rechts von der Nummer 1. Die olympische Fahne. Und jetzt sagt mir doch bitte, was dein Gefühl ist, ob ihr ihn kontaktiert. Ob es dem Oma entklingt. Vata in etwa gehalten ist. Das hat aber nicht gekostet. Aber er hat auch nicht davon riskiert. Mit dem Volta Rex. Das war's für heute.